Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich in Word die Rechtschreibprüfung aktivieren bzw. deaktivieren und vor allem auch die Sprache richtig ändern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Oftmals stören mich hier diese rot unter welten Wörter oder die Sprache wird auch nicht richtig erkannt, dann muss man das natürlich richtig einstellen. Wenn die Einstellung für das ganze Dokument hier gelten soll, dann einmal hier oben links auf Datei drauf gehen, anschließend ganz unten auf Optionen, dann Dokumentenprüfung auswählen und hier sind wir auch schon in der richtigen Einstellung. Damit meine Autokorrektur aktiviert ist, müssen hier auf jeden Fall mal überall die Haken drin sein, kann man nach Belieben auch noch etwas abändern und wenn ich das Ganze jetzt deaktivieren will, dann einmal hier unten bei Ausnahmen für das entsprechende Dokument noch zwei Häkchen setzen. Jetzt werden die Rechtschreibfehler nicht mehr angezeigt und auch keine Grammatikfehler mehr. Anschließend das Ganze noch mit OK bestätigen und schon können wir sehen, dass auch beim englischen Text und deutschen Text keine roten Unterstreichungen mehr sind. Ich habe die Autokorrektur jetzt einmal wieder aktiviert, doch wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen englischen Text noch mit einfügen, dann müssen wir dementsprechend auch die Sprache abändern. Hierfür mal den entsprechenden Text, also bei mir dieser englische Text hier markieren, dann gehe ich hier oben in den Reiter Überprüfen rein, anschließend hier links einmal bei Sprache draufklicken und Sprache für die Korrekturhilfe festlegen, auswählen. Anschließend öffnet sich hier ein Fenster, wo ich übrigens auch nochmal die Rechtschreibung Grammatik nicht überprüfen bzw. überprüfen kann für diesen einzelnen Textabschnitt. Und hier ist auch meine Sprache drin. Wir können jetzt sehen, dass nur Deutsch ausgewählt ist. Ich möchte aber jetzt vor allem einmal Englisch hernehmen, deswegen scrolle ich einmal etwas runter. Wir sehen hier lauter verschiedene englische Varianten. Ich nehme einfach mal Vereinigte Staaten und bestätige das Ganze OK. Und wenn wir jetzt einmal hinschauen, dann wird dieser Text hier unten auch wirklich von der Autokorrektur als englischer Text wahrgenommen. Somit haben wir unsere Rechtschreibprüfung auch schon richtig eingestellt und mich würde jetzt noch interessieren, welcher Trick du aus diesem Video jetzt genau gebraucht hast. War es jetzt nur wegen der Sprache oder wolltest du wirklich im Allgemeinen die Autokorrektur aktivieren bzw. deaktivieren? Schreibe es mir gerne mal unter dem Video in die Kommentare rein. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.